Wieder ein sexy Bild von mir hochgeladen. Ich hab meine Nasenlöcher da ausgebreitet, so. Ich kann die übertrieben groß machen. Wenn man guckt bei meinen Nasenlöchern, seht ihr das? Digga, wer ist Sascha Hellinger? Ich kann wirklich eine Schweinsnase nachmachen. Wenn ich meinen Kopf ein bisschen nach vorne neige, das ist schon eine Schweinsnase. Und jetzt? Das kann nicht jeder. Guckt auch, was ich mit den Ohren machen kann. Sieht man das überhaupt? Sag bitte, man sieht ein bisschen was. Begabt. Begabt, Chat. Wie geht das? Keine Ahnung. Ich kann das seit dem Kindergarten. Das war so mein Party-Trick.